Wie geht es dir bei dem Gedanken? Jetzt habe ich ein wichtiges Telefonat. Ich gehe wie die Katze um den heißen Brei. Es macht mich schon manchmal sehr betroffen zu sehen, dass Menschen ein Leben lang und auch ein Berufsleben lang schwere Blockaden haben, dass sie nicht in den Erfolg gehen können, dass sie gerade so immer zurechtkommen. Deine Augenlider wollen sich schließen, die werden immer schwerer, schwerer und schwerer. Gleich wollen sie sich schließen, 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 schließen. Schlaf! Das ist vollkommen los, ordentlich tiefer, tiefer und tiefer, immer tiefer und tiefer. Mit den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Deine Augen schließen sich fester, fester und fester. Ich nutze da sehr gerne die tiefe Hypnose. Kann man diese Dinge oft in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde lösen mit einer sofortigen, befreienden Wirkung, von der man sich dann überzeugen kann. Öffne die Augen, du bist frisch und wach und du fühlst dich wirklich gut. Ja, ich fühle mich gut. Die Menschen zu befreien und das zu erleben, das ist fantastisch. Die sind wie Ketten von mir abgefallen. Und ich fühle mich jetzt richtig wohl, richtig locker, richtig easy. Und ich denke, dass ich dieses Gefühl auch brauche, um arbeiten zu können. Und ich bin jetzt voller Taten dran und warte jetzt, was passiert. Viele Menschen haben Angst vor Hypnose, weil sie glauben, sie verlieren das Bewusstsein, die Kontrolle. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn sie die Möglichkeiten der Hypnose nutzen, gewinnen sie Kontrolle. Sie gewinnen Kontrolle über ihr Leben, über ihre Gesundheit und über ihren beruflichen Erfolg. Mit jedem Wiegen gehst du weiter zurück, weiter zurück. Und lässt diese Situation der Vergangenheit auftauchen. Die tiefe Hypnose ermöglicht es, vom Problem direkt über das Gefühl, das damit verbunden ist, zur Ursache zu gehen, zu lösen und damit Befreiung zu erleben. Was passiert, wenn ich das nicht schaffe? Und antworte mir, was könnte passieren? Dass die anderen lachen. Das heißt, man muss nicht 50, 100 oder 200 Stunden darüber reden, was die Ursache sein könnte, sondern das Unterbewusstsein des Patienten, des Klienten zeigt und man löst es. Und es können sehr schnell Veränderungsprozesse erreicht werden. Meine Zielgruppe sind Sie. Sie sind bereits erfolgreich. Sie sind Geschäftsführer, Sie sind Unternehmer, selbstständiger Freiberufler. Sie sind entweder schon erfolgreich und möchten Ihren Erfolg noch mehreren, verdoppeln, verdreifachen. Oder Sie empfinden immer noch Fußfesseln und der Erfolg wartet noch auf Sie. Ihnen kann ich helfen, durchzustarten und Erfolge zu erreichen, die Sie nicht für möglich gehalten haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017